Ey, Ari, sag mal, was ist hier denn los, ey? Das ist das Jabi, mein Nichte, der arbeitet jetzt hier. Die weiß alles. Echt? Ich kenne jeden Film. Aha. Das wollen wir doch mal sehen. Dann sag mir doch mal, wie heißt der Film, ey? Ey, boah mit dem Typ, ne? Ey, so ein Typ, ne? Das ist ein Roboter und der muss alles vernichten, ne? Hasta la vista, ey, kapotte, putotor, der Typ, ne? Da kannst du nichts gegen machen, ne? Weil, ey, der Typ, ne? Ey, 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 dem kannst du voll ein Loch in die Schnauze schießen, ey. Ey, ey, so ein Loch. Ein riesen Loch, ey. Ey, kannst du durchgucken durch das Loch, ne? Ey, mach dem nix, ne? Ey, boah, der Typ, der ist so total sauer, ne? Weil normal, Loch in der Fresse sieht ja scheiße aus, ne? Und der hat einen Finger, ne? Ey, voll spitz, der Finger, ne? Ey, total spitz, ey, ne? Ey, da kann er dich mit killen, ne? Ey, haut der dir mitten durch die Möhre durch, ey, voll durch das Auge, ne? Weil normal. Du sollst ja nix mehr sehen, ne? Ich hab ne Finger? Das weiß ich auch noch. Dann ist er nur noch sieben, der Joltfinger. Quatsch. Er meint Terminator 2. Ey, Moment. Ey, dann sag mir den einen Film, dein Zoo, ey. Ey, wo die ganzen nackten alten Affenkäfig, ey. Wo, im Affenkäfig? Ja, Logo, mit so Ketten an, ne? Ja? Du weißt es nicht, ne? Sie weiß es nicht, ey. Ey, ist doch ganz einfach. Affengeil Teil 3. Nackt auf dem Pavianfelsen, ey. Ey, super gut. Ey, boah. Ey, die Affen, die waren voll wütend gewesen, ne? Ja, weil die nackten alten, die hatten denen die ganzen Nüsse weggefressen, ne? Ey, boah, ey. Hat gesehen, ey, der Oberaffe, ey, boah, ey, so ein Arsch, ne? Ey, voll rot, ey. Ey, total rot, ey. Ey, wow. Er hat ja Janna, ey, ey, Wahnsinn. Der Henne, Wahnsinn, ey. Ist das gierig, ey. Ey, wow, was ist das? Todessnöpse ohne Gnade, ey. Wow, ey, die alte, ey, spitze, ne? Ey, boah. Ey, wabbel, wabbel, schwach. Schwabbel, schwabbel, boah, ho, ho, ho. Ne, ey, das gibt's nicht. Ey, die kommt hierhin, ey, die kommt hierhin, ey. Die kommt ins Freelife am Freitag. Ich pack's nicht.